Hallo und herzlich willkommen liebe Minecraft-Fans, äh, der Sound ist ein bisschen laut, muss ich mal so mal, äh, es geht wieder mal weiter bei Minecraft und, äh, ich hoffe, ähm, ich hab die letzten Parts gefallen, in den letzten Parts hab ich ein bisschen wenig redet, aber ist egal, und jetzt kommen die Folgen wirklich zu 100% ein, äh, HD raus. Weil bei den letzten Parts, ähm, hab ich ja gesagt, HD, aber es war dann nicht HD, bei Minecraft ist ja normalerweise so ein, so, keine Ahnung, Desktop-Game, das bald nicht in Fullscreen gezockt wird, und ich hab's auch noch nicht in Fullscreen gezockt, also so ein richtiger Fullscreen, und, ähm, deswegen war's nicht in HD und jetzt müsste es, wenn jetzt nicht in HD ist, dann, 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 Essig, äh, keine Ahnung, auf jeden Fall hab ich noch ungefähr fast 3 Stacks Holz gefahren, so, das passt jetzt, und, ja, das war's auch schon wieder, was ich gemacht hab. Und ich glaube, im letzten Parts ist uns da, dass alles ausgegangen ist, und wir sind übrigens in 1.2, wenn ich das noch nicht gesagt hab, ja, ich bin das immer noch dumm, dass man nicht mit Schrift trennen kann, wie, COD. Okay, Mop Drop, etwa, ähm, ähm, Und kein Korbel mehr. Ich sag mir nicht, dass wir kein Korbel mehr haben. Egal, äh, da machen wir halt. Und jetzt halt das, 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 das Teil, das Teil. Und geht ein bisschen in die Mine. Ehe. Aber es ist durch mich noch ein bisschen. Ausladen. Oh. Wo kommt denn S870 Wasser her? Keine Ahnung, auf jeden Fall. Wenn die Schüchitte nutzt sich sinnvoll. Scheiße. Okay. Ciao, was? Ich cheat leider nicht, mein Let's Play. Okay, dann tun wir jetzt mal... Was essen? Erstmal würde ich sagen. Weil... Clay kann man nicht essen, nein. Und außerdem wird mein Let's Play auf normal umgestellt und nicht mal easy. Okay, hu... Du... Ja, dass ist noch. Is auch noch. Ruhe. Das, und... Du, da, mal rein. Und... Elf, Ding... und so. Und. Und... Ich will das und... Ich will das mal rein. Und... Elf, Ding. Dann... Und, dann... ...und... abgibt was mit die ganze Welt passiert okay passt auch wieder so hat es geht auf jeden Fall ein paar Tiere die außerhalb vom Weg oh mein Gott wie schlimm ja und das habe ich glaube ich noch ein bisschen verbessert und das sind auch schon unsere ersten Opfer und was macht dieser Cobblestone-Turm da habe ich wahrscheinlich zum Spaß gemacht super ich hätte da habe ich wieder mal gescheatet auch stundlich könnte Musiker machen bis klein so es geht weiter mit dieser Musik hintergrund und ich hoffe die Musik ist nicht zu leise das Stimmel wird ja diese zwei Kameraden tüten danke ist mir egal ich mach bloß ein bisschen heller dass sie ein bisschen mehr sieht ich glaube im letzten fahrt hatte ich die musik sogar noch ein bisschen lauter gut 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 so spät ich bin übrigens Hero Pride na was ist das was ist das egal bestimmt hatte wieder so ein übler Cheetah sein Handwerk angelegt ich glaube das reicht erst mal das durch ein und es lebt übel ich weiß nicht weiter normal gehen wir mal darunter okay mal auf 3 scheiße ja da sind wir schon richtig was die verkehren um 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 über die Schlechte das nicht ich hab hier dich mal boah lecktes ist ok vielleicht dauert es noch ein bisschen bis ich spiel so beschwungigt nein nein ok auf jeden Fall schnell nein minimal aus 1 ist falsch das ist schon ganz schön niedrig es ist noch ein maler gestern wenn ich das spiel aber läuft ganz schön nehmen wir mal nein ich ein steck normales holz egal ihr wisst was ich mein wir könnten ja so machen und uns da runtergraben und da können wir später mal runterspringen und unten dann halt oder zwischendurch noch eine leiter hin machen die fackel kommen jetzt dahin ja es ist besser noch oder müssen wir das nein ich glaube müssen gar nicht das ist da nix jetzt habe ich nicht mal ein texture pack drin und nein ich kann gar kein texture pack rein tun weil wir in 1.2 sind und ich es nicht gepatcht habe dort damit kann ich jetzt voll viel machen reichen 80 jahre ich denke schon hey es gibt jetzt drei Leute nicht macht nicht recht viel unterschied ab weiter fliegen wir mal da runter wo wo ja geht auf jeden Fall schön schneller aber wir sind ja eigentlich nur unten damit wir Hals kommen zum Krieg ich hoffe mal dass wir keine Hülle finden werden da eigentlich hoffe ich sehr schon aber egal wahrscheinlich ist die Musik wieder so übelst laut und niemand versteht mich irgendwie aber ich warst du dich denn schon wichtig ja hier wirst du was es ist wenn ihr mal den Let's Place verweilt da 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 der mir das doch einfach mal ich würde es gerne beschleunigen aber ich kann es nicht aber ich kann mich dann nach oben teleporten ab chill